Dieser Opel Meriva ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 108.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2010. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsofix, Kindersitzbefestigung, Einpackhilfe, Anhängerkupplung, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt einer Leistung von 140 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt einer Leistung von 140 PS. Kontaktieren Sie uns.